Ich bin Wangi aus der Boutique Ullala und Bergklapphausstraße 576 in Köln-Nuhlweide. So, wir haben nochmal für euch extrem drastisch reduziert, das heißt für uns sind Teile untergesetzt worden von 39 auf 10 Euro oder 15 Euro. Dann haben wir auch die Kleider schon reduziert, auch 15 Euro, also sind dann nochmal zu den Kleidern reingegangen, wie ihr jetzt eben gesehen habt. Hier sind auch noch einige Angebote von den Kleidern, die wir noch zur Verfügung stellen. Ja, dann haben wir auch Hosen nochmal da, die sind auch noch von 24,50 Euro, sind die nochmal auf 10 Euro jetzt runtergesetzt worden. Die sind auch richtig toll über das Darmhosen, sind super cool aus, besonders auf Rattoniken oder auf Zwettis. Die Topps haben wir auch zu 30 jetzt runtergesetzt, sowie auch jetzt Röcke, die gibt es auch schon auf 10 Euro. Blusen haben wir auch jetzt auf 15 Euro, aber auch diese super Bluse hier, die sind jetzt auch von 24,50 Euro auf 15 Euro runtergesetzt. Und so geht das dann auch weiter hoch, also ihr habt hier über 100 Teile, weit über 100 Teile. Wir haben nochmal extra für euch reduziert. Kommt vorbei, ich schaue euch herein, wenn ihr wirklich begeistert seid. Ja, dann habe ich hier noch für euch, hier ist noch die von unserer neuen Kinderecke, die ist ja jetzt auch dazu gekommen. Die Girlie-Ecke. Die Girlie-Ecke und die ist hier von 2. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr haben wir die hier erstmal aufgebaut. Und hier sind auch schon ganz tolle Preise mit drunter. Hier haben wir auch zum Beispiel hier unser bisschen Sonny. Da kann man auch mal später mal so ein T-Shirt mit langem Arm drunter ziehen. Also dieses Teil, das ist gut für eine 3-Jährige, könnt ihr schon für 97 Euro erhalten. Dazu gibt Bruder auch hier so ein schönes Kleid, auch für 97 Euro im Pferdraum. Also wie ihr seht, es sind hier wirklich super tolle Preise. Also ihr bekommt hier schon so ungefähr ab 6,50 Euro geht das hier los mit den Preisen. Hier in diesem Bereich und hier auch natürlich auch so in die 7 Euro liegen auch diese Teile. So wie auch diese super Jeans, äh Gaggings. Die könnt ihr auch schon so 7 Euro, so 6,50 Euro, 7 Euro so in der Richtung könnt ihr die erhalten. Auch in mehreren Zahlen mehr. Ja, schaut, also wie gesagt, schaut einfach mal vorbei. Dann sag ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, tschaui, abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen und das bleibt nicht vergessen. Tschaui.